Neues Event, neues Glück, der Schilling ist zurück und zwar mit der Abenteuerwoche 2.0, damit quattend wenig Pokémon Go. Ja, wie schon vermutet, Neantekatze im Newsletter angekündigt, wird es die Abenteuerwoche auch 2018 gehen und zwar geht es direkt heute los. Habe ich gerade gesagt, es wird die Abenteuerwoche gehen? Geben eigentlich natürlich. Um 22 Uhr unserer Zeit wird man heute schon neue Quests finden, Feldforschungsprojekte und zwar 4 Stück vermutlich, die habe ich schon vorgestellt. Verdiene Kumpel, also verdiene mit deinem Kumpel Bonwons, ist jetzt nicht brandneu, aber vermutlich wird es da neue Belohnungen oder irgendwie so geben. Dann, was haben wir noch? Entwickle Kabuto und Ammonitas und brüte Eier aus, genau und drehe Pokestops, die du noch nicht besucht hast. Aerodactyl wird in Raids erscheinen, außerdem natürlich mehr Gesteins-Pokémon, genannt werden hier Kleinstein, Liliab und Nasknet. Und ja, mal schauen, ob Lavita auch dabei ist, würde für mich irgendwie nicht so Sinn ergeben, wenn wir jetzt den Lavita Community Day haben. Ich glaube, da schrauben sie deshalb Lavita hier ein bisschen zurück, aber das wird man sehen. Andere Boni, außerdem Kumpel-Pokémon, sammeln viermal so schnell die Bonbons. Und Erfahrungspunkte für das Drehen von Fotoscheiben bei Pokestops und Arenen. Da steht dran, zusätzliche IP, steht nichts von doppelt oder so, aber mal schauen. Und wenn es der erste einzigartige Pokestop ist, den man zuerst besucht hat, also wenn man den Pokestop noch nie zuvor besucht hat, dann steht da dran, könnt ihr bis zu zehnmal mehr IP erhalten. Ich weiß nicht, ob da das Glücksei schon mit eingerechnet ist, weil ansonsten wären es dann 20 mal so viel mit Glücksei, sprich krass. Mal schauen. Auf jeden Fall, heute 22 Uhr bis zum 5. Juni, vermutlich auch 22 Uhr, mal schauen. Ja, und ansonsten habe ich jetzt noch ein Video aufgenommen, warum Despota mit der Community Day Attacke so richtig genial ist, der 100%-EV-Trick und mehr. Genau. Ten minutes later. Niantic hat den Juni für die Forschungsquests angekündigt. Außerdem werde ich heute nochmal in aller Ruhe den 100%-EV-Suche-Trick erklären und mehr. Damals hat man wenig Pokémon Go. Ein kleines Update gab es ebenfalls, aber erstmal Niantics Nachricht. Völlig überraschend. Meiner Ansicht nach, es wird alles so früh angekündigt. Alola-Pokémon, der Juni für Professor Willow etc. Ich meine, sind noch einige Tage. Aber Niantic schreibt hier, bereit für mehr Forschungsaufgaben und tolle Belohnungen im Juni. Ab 1. Juni um 13 Uhr PDT gibt es einen brandneuen Satz von Feldforschungsaufgaben, die sich um Wasser-Pokémon drehen. Alle Angaben ohne Gewehr, aber 13 Uhr PDT dürfte bei uns 22 Uhr sein. Das heißt, man müsste rein theoretisch nicht bis Mitternacht warten, sondern ab 22 Uhr 1 kann man sich das eventuell schon abholen. Dieses Arctos. Und Arctos ist zwar Eis, jedoch gibt es in Pokémon Go nicht so viele Eis-Pokémon. Und beziehungsweise, es gibt schon einige, aber die tauchen nicht so häufig auf, wie zum Beispiel Wasser-Pokémon. Deshalb hat sich Niantic wohl dazu entschieden, dass es sich hierbei um Wasser-Pokémon dreht im gesamten Juni. Also, so wie wir jetzt Quests haben, fange Elektro-Pokémon, entwickle Elektro-Pokémon und so weiter. Und dann gibt es als Belohnung auch häufig Elektro-Pokémon, wie zum Beispiel Minun, Plusle, Blitzer und einige andere Pokémon. Wird man jetzt vermutlich Wasser-Pokémon vorrangig dann haben in einer Woche. Aber ich schätze auch, es geht speziell um die Wasser-Eis-Mischungen. Dass zumindest Eis auch ein bisschen vorkommt, wie Austaus, Yugong und all solche Dinge. Genau. War eigentlich relativ klar. Aber nun offiziell Arctos wird kommen. Das heißt, damit hat dann jeder die Möglichkeit, seinen Pokédex-Generation 1 komplett zu vervollständigen, wer die Legendären hier verpasst hat. Und so als kleine, das einzige, was man machen kann, kleine, unter Anführungszeichen, Vorbereitung, kann man jetzt, bevor man eine Entwicklungssession macht, noch warten und vor allem Wasser-Pokémon zurückhalten. Denn ich hatte echt häufig Entwickler so und so viele Elektro-Pokémon. Da gibt es auch meistens eine feine Belohnung, wie zum Beispiel ein Blitzer. Und, naja, wer da dann keine Entwicklungen mehr hat, zum Beispiel Elektro, musste man sich wirklich aus den Fingern saugen. Was gab es da? Elekid zu Elektek zum Beispiel oder Pichu, Pikachu und so weiter. Aber viel ist dann eigentlich nicht mehr übrig geblieben. Genau. Das war mal diese Sache. Dann ist jetzt überraschenderweise sogar... Ach so, in letzter Zeit vergesse ich immer zu erwähnen, was ich in den Hintergrund reinschneide. Und zwar einen Raid und ein bisschen kämpfen eventuell mit Glurak, also mein 100% Glurak. Da hat der Keifer-Raid ganz gut gepasst. Jo. Und außerdem Eis, gerade zufällig. Mein 100er Glurak am Maximum. Also, neues Update 1.7, 3.5 für iOS ist die Bezeichnung. Und das ist jetzt mal überraschenderweise circa zeitgleich im Android-Store und im iOS-Store. Keine große Sache so, dieses Mini-Update. Aber das beinhaltet wohl relativ wenig bis gar nichts Neues. Genau. Vielleicht schon ein kleines Update, wo Dinge unter der Haube geändert werden, dass wir die Alola-Pokémon demnächst haben können. Wer weiß, wer weiß. So, und jetzt, nach dem Glumanda-Video, wurde ich häufig gefragt, wie ich das denn auf iOS gemacht habe. Und was ist das eigentlich und IV und wie habe ich so schnell dieses 100er erkannt, ohne alle zu bewerten. Also, Pokémon in der Wildnis können Level 1 bis Level 30 sein, mit Wetterboost bis Level 35. Wenn man ein Pokémon hochpowert, dann passiert das in 0,5er Schritten. Aber die aus der Wildnis können immer nur ganze Level haben. Und wenn dann zum Beispiel ein Level 10, 100% perfektes Pokémon mit 15 Angriff, 15 Verteidigung, 15 KP als Bonus-Attribute. Wenn dieses Pokémon auf Level 10 ist, das hat dann immer, zum Beispiel ein Lavitar, hat dann immer so und so viele WP-Moment. Für Level 10, das kann ich auch kurz raussuchen. Ein perfektes Level 10 Lavitar hat immer 258 Wettkampfpunkte. Wenn jetzt ein Lavitar 258 Wettkampfpunkte hat, bedeutet das aber nicht automatisch, dass das ein 100er ist. Aber ein 100er auf Level 10 kann eben nur diesen Wert haben. Und wenn man nun Level 1 bis 30 bzw. 35 durchgeht, dann gibt es eben XY-Wettkampfpunkte-Werte, die ein 100er haben kann. Alles andere ist garantiert kein 100er. Zum Beispiel, wie gesagt, 258 WP hat ein 100er Level 10er. Das heißt, 259, 260, 261, alles so weiter und so fort. Kann niemals ein 100er sein, weil das nächste 100er auf Level 11 hat dann 284 WP. So weit, so gut. In der Pokémon-Suche kann man ja sogar nach WP suchen. Am Anfang war das eher so, hm, soll das sinnvoll sein? Warum will ich jetzt nach einem Pokémon suchen mit genau 100 Wettkampfpunkten oder so zum Beispiel? Aber für solche Dinge kann es in der Tat sinnvoll sein. Man trägt nun also eine Suchfunktion ein. Die Pokédex-Nummer, zum Beispiel in diesem Fall 246, dann ein Und-Zeichen und alle Wettkampfpunkte. Also 246 und WPXY, Beistrich WPXY, Beistrich WPXY für alle Werte. Und so habe ich mir binnen einer Sekunde dann alle möglichen Kandidaten von Glumander für ein 100er anzeigen lassen können. Und anstatt, dass ich dann 100 bis 200 Glumander bewerten muss, musste ich 5 circa bewerten und hatte sogar glücklicherweise eines davon als 100er. Das spart während des Community Days einiges an Zeit. Und die Zeit ist ja wichtig, weil da hat man nur 3 Stunden und man muss in diesen 3 Stunden noch entwickeln, um den Special Move zu erhalten. Das ist mal die Theorie. Das heißt, man fertigt sich einfach so eine Liste an. Wie findet man jetzt die 100% Werte für ganze Level heraus? Da gibt es verschiedene Apps, Webseiten. Auf GamePress zum Beispiel sind die perfekten und die miesen, also die 0% Werte für jedes Level aufgelistet. Oder es gibt sogar ein paar Leute auf Reddit, die haben dann so ein GitHub angelegt. So ein Repertoire und da kann man jeden Pokémon-Namen anklicken. Der hält automatisch den Suchbegriff. Leider in diesem Fall auf Englisch, also mit CP. Das muss man dann zum Beispiel in einen Editor einfügen und dann mit Suchen ersetzen. Immer die beiden Buchstaben CP gegen WP umtauschen, beziehungsweise C gegen W. So geht es auch. Ja, und dann auf Android kopiert man das Ganze dann und fügt es einfach ein. Da kann man ja auch weitaus mehr Dinge, Emojis in die Namen reinposten oder irgendwelche Sonderzeichen, was bei iOS nicht so möglich ist. Man kann ins Game in Pokémon Go leider auch nichts einfügen als Apple-User. Deshalb muss man sich da helfen. Das zeige ich dann auch noch gleich, wie das funktioniert. Aber im Prinzip die Suchanfrage herauszufinden, das muss nur einer machen. Das macht einmal irgendjemand, wie zum Beispiel ich poste es jetzt hier oder in die Kommentare und für Lavita. Und jeder kopiert das dann in seine Discord, WhatsApp und so weiter Gruppen. Und wenn es einmal wer gemacht hat, dann ist die Sache gegessen. Aber nur, dass jeder auch versteht, warum diese Werte und wie ist das Zauberei, Hexerei, wie funktioniert das eigentlich. So, auf Android, wie gesagt, dann ganz simpel. Kopieren und einfügen. Aber mit Apple muss man da einen Shortcut anlegen. Und das macht man in den Einstellungen. Bei Allgemein geht man dann zur Tastatur und da kann man dann eine Textersetzung erstellen. Zum Beispiel, wer eingibt MFG, dann kommt automatisch mit freundlichen Grüßen. Oder LG, dann kommt lieber Grüße. Es ergibt nicht bei allen Dingen Sinn natürlich, aber da könnte man sich seine eigenen Suchanfragen so erstellen. Und ich habe zum Beispiel eingetragen Glumanda 100 und dann als Ersetzen die komplette Suchanfrage eingetragen. Und dann habe ich in Pokémon GO einfach Glumanda 100 Leerzeichen eingegeben und er hat mir sofort alle WP reinkopiert. Und ich habe direkt gesehen, welche Glumanda eventuell 100% haben könnten. Ja, und das macht man dann im Prinzip einfach für jedes Community Day Pokémon. Jetzt bereitet man sich mit Lavita vor, da werde ich mir auch so eine Suchanfrage schon erstellen. Und dann hat man an diesem Tag wirklich wenig Arbeit und es war echt angenehm, dass ich nicht irgendwie 150 Glumanda bewerten musste, sondern einfach hier Suchanfrage fertig. Das war schon ziemlich genial. Ja, würde ich jedem empfehlen, das so zu machen. Weil ein 100er würde ich definitiv immer sofort entwickeln für den Special Move, auch wenn es kein guter ist. Bis zur Not kann man den ja danach noch mit einer TM umwandeln. So, jetzt aber zu Lavita, beziehungsweise dann Despota. Despota wird einen richtig genialen Move erhalten, nämlich ein Quick Move. Katapult oder auf Englisch Smackdown. Und nun haben einige Leute schon Kampfsimulationen durchgeführt. Ich will nur dazu sagen, Niantic ändert sowas gerne mal in letzter Sekunde und macht zum Beispiel den Move schlechter oder besser. Aber laut Kampfsimulationen ist Despota mit den beiden Gesteinsattacken dann weitaus besser als Geowatts. Und zwar ist es sogar so krass, dass ein 0% Despota schon ab Level 28 gleich gut ist wie ein 100% Geowatts auf Level 40. Und das ist brutal. Ja, richtig gehört, 0% EV Despota, Level 28 ist gleich 100% EV Geowatts Level 40. Was eben Gestein betrifft. Nun, was haben wir dann davon? Das zeigt im Prinzip oder danach kann man sich richten. Und einfach, egal ob man dann im Prinzip ein 100er hat, ein gutes, schlecht EV, was auch immer, jedes lohnt sich. Also so viele Despota mit dieser Special-Attacke machen wie nur irgendwie möglich, wenn denn die Werte so bleiben. Es sei denn, Niantic macht die Attacke dann noch schlechter. Aber zum Beispiel, wenn wir das Glück haben und Lavita wird vom Wetter beeinflusst und man fängt direkt ein 35er, Also ein Lavita auf Level 35 oder sagen wir auch 33, 34 würde auch genügen. Dann kann man das entwickeln und ohne auch nur ein Power-Up, einen Sternenstaub, ein Candy zu verwenden, außer für die Entwicklung, ist dieses Despota dann direkt besser als Geowatts. Als das bestmögliche Geowatts im gesamten Spiel. Von daher, ja, das wird in der Tat ein sehr wichtiger und lohnenswerter Community Day. Und da sollte man sich im Prinzip gar nicht so auf die Bewertungen oder 100er oder was auch immer versteifen. Aber ich habe so eben mein 100er Glumanda direkt binnen Sekunden rausgefunden. Ansonsten vielleicht sogar komplett auf Angriff nur gehen und dieses Lavita mit 15 Angriff und den besten Wettkampfpunkten direkt entwickeln. Dann kann man damit schon problemlos kämpfen, auch ohne es hochzuleveln. Gut, das soll es erstmal für dieses Video gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Es geht einfach beim nächsten Mal weiter. Boop, boop.